um jetzt ernsthaft wer von uns soll hier keiner von uns getroffen bei barota der nicht nennenswerte der typ der mich nicht schützen konnte ja genau das geschieht ihm jetzt recht so jetzt habe ich ein orientierungsproblem ja nach links ah stimmt ja ok wenn ich schon sterbe dann muss er auch sterben oh hier ist ein typ mit einer waffe und einem riesigen backpack ich sehe nur die farbe meines eigenen backpacks und die farbe vom 4lons backpack euro 2 backpacks sehe ich gar nicht welche farbe die haben ein paar häuschen die backpacks einfach nur wo da zombie links direkt neben dem wasser ja der typ mit der waffe ich glaube ich schließe nieder der andere kinder noch normal ich kann weiter ähm hat mir ja mit dem großen löschen ja ich hoffe ich gehe erstmal in supermarkt gucken ob da vielleicht einer drin liegt wo war der supermarkt nochmal oh hier haben wir was hier mal ein getränk ganz ehrlich ich schmeiß mal jetzt eine sache aus meinem inventar aus ich bin jetzt auch im supermarkt so ich bin jetzt auf dem server der lichte wieder hinten licht wieder im first aid kit alter ich glaube zum military base redet hier keiner mehr aus dem weiten weg vor dir und das wird dir nichts bringen bei luther wieder braucht noch jemand einen fuß das ist eine waffe ich wo hast du hier hier in der garage der ist super nice der ist super nice wo ist der rechts im regal wenn er reinkommen weg weg habe ich ah da ist ein zweiband geil sonst ist hier nichts das scheint nicht so das da ist doch irgendwas ich hab ne weapon flashlight wer braucht eine ich ne die ist ja für die m4 die ist für die m4 ne wo ist der m4 typi der noch keine weapon flashlight hatte der ist schon vorgerannt so wie es aussieht ich kann es eh nicht dran machen ja wo bist du denn hier warum kann es nicht dran machen natürlich kannst du es dran machen ich habe die m4 voll hast du schon eine weapon flashlight dran ne ok dann schmeiße ich sie weg oder ne ich hebe auf als einer von uns noch wechselt wo ist denn jetzt unser anderer typ wo bist du denn ich bin alleine los jetzt ganz safe ich hab dreimal gefragt wo der verkackte supermarkt ist ja und ich hab schon bitte rechts und ich hab ne halbe stunde auf euch gewartet und hab trotzdem gewartet und hab auch nicht rum gemustert und du bist weggelaufen toll so werde ich es jetzt auch so machen ja ich kann jetzt grad hinter farbe her ja finde ich nicht okay weil jeder wartet auf dich und wir warten und warten und warten und warten und warten und du drehst dich noch um zu uns anstatt dass du uns hinterher rennst nein einfach weiter rennen wo ihr langgelaufen seid ne wir haben ich hab da gestanden bis du würdig umgedreht hast du hast es doch gesehen das genau in unsere richtung geguckt zu mir und vier loren dort brauchen wir jetzt noch irgendwas was brauchen wir denn jetzt eigentlich ich brauche noch vielleicht noch einen scarpe für meinen für meinen handfeuerwaffe handfeuerwaffe wo ist jetzt unser kollege ich weiß nämlich nicht wo die militärbasis ist ich glaube gerade irgendwo rum ich weiß auch nicht ob ich richtig bin irgendwie geradeaus und dann links ist hammergeil alter ich habe jetzt stress in der gruppe oder was so sieht es gerade aus rechts von uns ist glaube ich der militärstützpunkt gut ach so da läuft warte da läuft irgendein typ hier über die ganze über die freifläche warte mal liegt der wer von euch liegt ich nicht ich habe mich hingelegt ich mache rechts links warte ja das bist du hier mal auf der straße warte bitte auf uns wir müssen mich in der seite hier ich hab dich durch scope gesehen du hast 300 meter von mir entfernt ich bin auf der straße einfach ich bin auf der straße einfach im starke gegen also starke gegen ja bevor ich jetzt drückt man es ab ja was hast du hunger ja natürlich habe ich hunger vor einer halbe stunde schon aber kriege ja keinen großen öffner ja warte ich werde in der verpackung kentum nein was haben wir hier alles das 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 komm mal her da bist du das bist du ne ich schmeiße dir jetzt was hin das reicht erstmal für eine weile auch die gerade ja ja also einer von uns rennt nur ich gehe jetzt auch angewickt habe ich jetzt einmal im kreis gelaufen wo wirst du jetzt dann fahren ja das ist doch die richtige richtung hier dann geht das wieder mit messen brauchst du noch was jetzt einfach was sagen müssen ich glaube dass ich habe schon ich habe schon drei oder vier mal gesagt dass ich den dosen öffner brauche weil ich hunger habe aber keiner hat reagiert ich habe gedacht du brauchst du so einen dosen öffner das kann jetzt nicht so rüber sorry so dann lass los da kommen auch mehr immer mehrere leute drauf ist doch gut ag sind ähm sind einer weniger als vorhin aber aber mister pentavin umgleichtet wieder aus zombie einfach mal laufen ja lass mich so wieso laufen wir jetzt einfach rechts runter deutsch doch die scheiße äh äh das airfield bringt auch mehr bei mir lieber zum airfield naja die basis ist kleiner schneller durchsucht wenn wir sogar so hier sind warum nehmen wir die nicht gleich mit nehmen wir die militärbasis mit die ist aber geradeaus vier lang zwei zombies hinter uns das ist doch richtig hier lang ne ja wir müssen gleich nur rechts übers feld rennen da rechts runter seh ich sie schon wir müssen jetzt gleich rechts übers feld rennen abgazone ich hab ne ich hab ne m4 ne jo valota oooohh ne ich seh die militärbasis nicht doch da hinten doch rechts ja ich seh sie so aber wie wir alle die gleichen Helm haben die äh die gleiche Maske haben ja einfach geil jetzt müssen wir nur noch so wie ein Gangster so wie so angsteinflösend sprechen oh und ich hab nen mountainback weg mit 35 Slots hat jeder von uns auch haben wir alle ja das ist ist gut das ist gut ich hab noch ne menge aber ich will mein anderes Milchpulver finden wo hab ich das denn ah da im grauen taktischen Shirt mhm 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 dadam dam ich so sind wir jetzt knapp ich weiß gar keine straße gerade wir sind gleich wieder zurück in der Stadt bad da links ist wie bohr oder was das da war die Stadt wo wir herkommen ne ist es nicht ne das ist natürlich nicht die Stadt wo wir herkommen das ist nicht so starry oh geil ich hab nen 20er mehr gefunden wenn ich jetzt zu der M4 komme ne ich hab nen 30er ein 20er ein 20er ein 10er ein 10er und nen voller Ammo box und ich hab noch ne Piste ich guck mal soll ich sagen was ich hab ja du hast ne vollständig ausgerüstete M4 ah das ist ein verbessertes Antibiotikum was ich dabei hab was ja dieses ähm Injection Vial äh was ist denn das hier das ist doch nicht Vibor oder doch da wo wir grad zu rennen das ist Vibor da waren da sind wir doch gestern gewesen ähm wo wir uns im Supermarkt kurz vercampt haben ich hab ne M4SK1 dann müssen wir hier durch so jetzt bräuch ich nur ne Muni die sich irgendwie wieder nach unten gebacken hat warte mal ich geh kaum bin dort prozentig wo wir sind Feuerwehraxe しp Sieht einer ich weiß ich ah der steht ja beim Eindangsschild ja und ich sco ich lieg mich hier hin ich scope die Straße runter ja das ist Vibor perfekt hier liegt das ja ich hab ja wir müssen an der Hauptkreuzung ähm an der Hauptkreuzung müssen wir rechts warum dings zum zum zimmer wien nach wo es laufen soll ich zu dir kommen ja ich bin ja schon auf nachtsicht doch mal ganz kurz was ja du mir ist das vollkommen egal bei lotha bleibe ich definitiv nicht dann berichte ich von bei lotha weg du ich kann das ich kann das nicht allein entscheiden das ist eine gruppe hier ich gehe in supermarkt erreichen will ich will den typen kennen nämlich gerade abgeknallt hat und viel spaß ganz ehrlich bevor ich wieder abknallt man sollst du lieber weg gehen wo sind die anderen hier seid im supermarkt und kann es sein dass wir eigentlich gerade den weg gelaufen sind den werden eigentlich zurücklaufen müssen ich ein echt gutes und echt ungutes gefühl habe ja das müsste eigentlich ja wir müssen eigentlich den weg zurück ja nein wir müssen hier rechts ok na dann mal hoch hier ok du hast so wie sieht es im supermarkt aus da war doch einer von uns drin oder ja ich bin noch am suchen ich habe gerade munition schon gefunden für alles mögliche noch mal geschehen tonne prozentig erwartet mal kurz ich gehe mal kurz zum nach wie bohr team 6 2 munition gefunden wir brauchen eigentlich nicht mehr als erfüllt wir haben alles wir müssen noch eine weiter wie eine weiter eine straße weiter jetzt kann wir müssen zurücklaufen zurück wir müssen zurücklaufen wir sind bei wie vor ja ich habe doch auch ich habe auch die karte offen wir müssen zurück wie du spiel über leppantino hoch ist mich ich mich ganz wollen und dann laufen wir drei kilometern um nein hier geht es nicht da hier geht es in die richtung wo ich jetzt gerade stehe da geht es nach kabanino so und da da kommt eine ab ja das stimmt so und da ist eine links eine kreuzung da müssen wir links dann kommen wir direkt zum airfield wer möchte 7,62 munition haben ich kann keine mehr ich bin voll wie sonst was ich auch okay ich bin natürlich wir haben 20 schuss mit okay jetzt habe ich keine andere chance mehr außer mich zu verteidigen ich habe ein bisschen blut verloren ich habe glitsch herausgefunden wie man das weg bekommt mit dem hier verschwommenheit wenn man zum beispiel wenig blut hat wie denn einfach wie die options kurz klicken okay das ist aber kein glitsch warte mal stopp mal stopp mal stopp mal anhalten ich muss kurz was essen ja bei der gelegenheit er sich auch was ich schreibe mich für leid ich muss für ein welchen afk ja dann warten wir hier kurz können wir uns überlegen weiß aber nicht wie lang es geht was denkst du ungefähr halbe stunde rum ja das passt so und wie später wo ist der typ passt setz mich an den straßenrand und lock mich erstmal aus kurz so 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 Vielen Dank.